Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Im letzten Part haben wir es nach einigen Spielereien doch noch schließlich in den Schlosshof geschafft und mit Präzessin Zelda gesprochen, die dort steht. Diese hat uns was über ihre Prophezeiung erzählt und ja, wir glauben ihr, denn wir haben doch diese Prophezeiung auch gehabt. Wir haben sie doch zusammen mit dieser Frau, die sich Impa nennt, vor diesem Gannendorf wegreiten sehen. Und nun gut, jetzt gehen wir zur Impa. Sie hat auch nichts Böses im Sinne, sondern wird uns auf unserem Abenteuer helfen. Ich bin Impa, Überlebender der Sheikah. Meine Aufgabe ist, Zelda zu schützen. Alles ist so geschehen, wie es die Prinzessin prophezeite. Du bist ein tapferer Junge. Die Vorsehung hat dich an diesen Ort geführt. Mir wird nun die Aufgabe zuteil, dich eine Melodie zu lernen, die du nie vergessen darfst. Es ist ein Lied, das die Königsfamilie von Generation zu Generation weitergibt. Ich habe dieses Lied für Prinzessin Zelda gespielt, als sie noch ein kleines Kind war. In den Noten verbergen sich mysteriöse Kräfte. Lauscht nun der Melodie. Präge dir Zeldas Wiegenlied ein. Na gut, dann spielen wir mal diese Melodie nach. Aber vorher noch dachte eigentlich, wer von... Ja, deutsch. Wer von euch dachte auch damals, dass Impa ein Mann sei und keine Frau? Ich wusste es ganz ehrlich nicht. Gut, dass ich es jetzt mit dem Alter weiß. Natürlich jetzt auch nicht gerade erst erfahren, sondern ich weiß es jetzt auch schon seit Ewigkeiten. Aber ich sag mal, als ich das mit 8 oder 9 gespielt habe, wusste ich das nicht. Aber gut, dann spielen wir mal. Mit den A-Knöpfen und den C-Knöpfen. Beziehungsweise mit dem A-Knopf, aber wir brauchen kein A daher. Du hast selbst die A-Knöpfen. Weil das Wiegenlied erlernt. Wenn dich die Soldaten hier finden, bekommst du Ärger. Lass mich dich das dem Schloss führen. So, ein kleiner Shortcut. Wie auch immer das Impa gemacht hat, wir sind jetzt draußen vor dem Schloss. Oder vor dem ganzen Königreich Hyrule, wenn man so möchte. Und dort sind wir und stehen hier wieder auf der Ebene. Du tapferer Jüngling, wir müssen Hyrule vor der Drohne in Apokalypse bewahren. Richte deine Augen gen Osten. Dies ist der Todesberg, das Reich der Gewohnen. Sie hüten den heiligen Stein des Feuers. Am Fuße des Todesbergs wirst du Kakariko finden. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe, um Verfolgten Obdach zu bieten. Vor du zum Berg aufbrichst, solltest du dich mit einigen Bewohnern unterhalten. Das Lied, das ich dich gelehrt habe, besitzt geheimnisvolle Kräfte. Nur Angehörige der Königsfamilie dürfen es erlernen und spielen. Vergiss nicht, du kannst damit beweisen, dass du in königlicher Mission unterwegs bist. Geh nun, die Prinzessin und ich warten auf dich und die heiligen Steine im Schloss. Enttäusche uns nicht. Keinesfalls Impa und zack. Weg ist sie, wie ein Ninja. Wie ein Ninja. Aber gut, jetzt haben wir wieder die freie Bewegungsmöglichkeit. Und ich möchte mich direkt mal bei einer Person bedanken. Diese Person werde ich mich auch jetzt extra in der Beschreibung verlinken. Und zwar habe ich ja immer verlinkt die ganze Playlist zu Ocarina of Time und den Happy Sword, der ja neben mir gerade Ocarina of Time ebenfalls selbst playt. Ich möchte aber heute mal verlinken und mich dabei bedanken bei dem lieben Dodger, Player-Dodger, denn er hat mich noch ein bisschen ermutigt, weiter aufzunehmen. Momentan schleppe ich mich ein bisschen durch die Aufnahmen, da es mir privat gar nicht ganz so gut geht. Also, naja, gut geht es mir schon, aber ich penne momentan viel, bin ziemlich müde und naja, ich bin heute um 13 Uhr aufgestanden. Das ist übrigens am selben Tag aufgenommen wie der Pokémon Perl Part, also dass ich heute mal wieder fleißig war, kann ich dann endlich mal wieder betonen. Denn, naja, momentan ist es eigentlich eher so, dass privat viel los ist, auch wenn ich noch Ferien habe, jetzt eine Woche. Naja, es ist momentan eher anstrengend und kompliziert, würde ich mal sagen. Aber gut, warum bin ich jetzt eigentlich hierher gegangen und nicht zum Todesberg, wie Impa es gerade empfohlen hat? Und zwar ist das die Lon Lon Farm, haben wir ja schon sehen können. Und hier haben wir ja dann auch das kleine Mädchen gesehen und wahrscheinlich auch hier drin, naja, woher weiß ich das wohl, keine Ahnung, den Vater und den wir schon am Schloss geweckt haben. Ähm, was, bin ich schon wieder wach? Äh, es scheint so. Hey, wenn das nicht der Junge aus den Wäldern ist. Vielen Dank nochmal, dass du mich geweckt hast. Es hat ganz schön lange gedauert, bis ich Marlon beruhigt hatte. Was hast du denn heute so vor? Nichts Besonderes? Nun, wie wäre es dann mit einem kleinen Spielchen? Hast du Lust? Die drei Hühner hier sind Superhühner. Ich werde sie nun mit den anderen herkömmlichen Hühnern vermischen. Gelingt es dir, sie innerhalb einer bestimmten Zeit aus allen anderen herauszupicken, werde ich dich mit etwas Nützigem belohnen. Ein Spiel kostet 10 Rubine. Machst du mit? Ja. Du hast 30 Sekunden. Jetzt geht's los. Hier sind die Superhühner. Finde sie. So, wir können uns zum Glück noch schnell umdrehen und sehen, dass das erste da landet. Also haben wir das schon mal? Innerhalb von einer Sekunde. Das ist eins von ihnen. Such weiter, schnell. Zwei musst du noch finden. Gut, das eine müsste hier gelandet sein. Okay, nicht genau das, aber hier in der Ecke. Dann müsstest du. Ja. Wieder eins. Jetzt kommt's drauf an. Eins fehlt noch. So, und dieses eine müsste das hier sein. Ja. Wow, unglaublich. Du hast ein gutes Gespür. Du hast die tatsächlich alle gefunden. Komm her zu mir. Ja, ich hab's immer noch drauf. Nein, nur laut gedacht. Hey, Junge. Du hast das Zeug dazu, ein verdammt guter Farmer zu werden. Ich würde mich freuen, wenn du Malon heiraten würdest. Na? Wenn ich jetzt nahe sache, krieg ich den Kopf abgerissen. Nein. Haha, war doch nur ein Spaß. Bro. Oh, hier. Nimm diese Flasche London Milch an dich. Sie gibt dir neue Energie, sobald du sie trinkst. Hast du die Flasche geleert, kannst du jederzeit zurückkommen und sie dir gegen ein geringes Entgelt auffüllen lassen. Yeah. Wie erhalten dann eine Flasche Milch? Oder du hast Milch erhalten. Diese Milch ist sehr gesund. Benutze sie mit C, um deine Energie aufzufrischen. Du erhältst fünf Herzen pro Schluck und du kannst zweimal davon nippen. Ja, wir können zweimal trinken, das heißt wir können zehn Herzen mit dieser Milch regenerieren und haben nur vier. Das ist sogar schon ziemlich lachhaft, dass diese Milch so overpowered ist. Ich hab gestern Abend auch einen Liter Milch getrunken, weil... War Lust. Aber nicht sofort irgendwie auf X ist, sondern auf den ganzen Abend verteilt. Und heißt das jetzt, ich hab irgendwie zehn Herzen oder was? Oder elf mit dem Herz, was ich sowieso schon habe. Aber gut, ähm, ja. Ja, Geheimnis und so. Skulltula! Autsch. Jetzt könnte ich Milch gebrauchen. Yay! Eine weitere goldene Skulltula oder ein weiteres Skulltula-Symbol. Dort haben wir noch ein Rupee. Ach, das irgendwie erinnert mich Rupee oder Rubine an diese indische Währung. Da heißt es nämlich Rubien oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ziemlich ähnlich mit den Rubinen halt. Aber gut, wir werden jetzt mal gleich ein paar nützliche Dinge hier machen. Deshalb bin ich mir noch nicht zum Todesberg gegangen. Und zwar einerseits werde ich jetzt mal Marlon besuchen. Das Mädel, was uns das Ei gegeben hat, woraus dieses Huhn geschlüpft ist. Was wir übrigens nicht mehr im Inventar haben. Das wurde jetzt durch Zeldas Brief ersetzt. Ja, das arme Huhn. Das haben wir jetzt bei Zelda oder so gelassen. Keine Ahnung. Also wenn wir heute Abend irgendjemand von euch Chicken Wings oder so isst, weiß ich, wo das Huhn ist, ne? Ah, der Junge aus dem Wald. Ich hörte, du hast meinen Vater gefunden. Wie hat dir das Schloss gefallen? Und die Prinzessin? Hast du sie gesehen? Daddy hatte es ganz schön eilig, nachdem du ihn geweckt hast. Oh, ich muss dir jemanden vorstellen, Fehnjunge. Das Pferd hier heißt Epona. Süß, nicht wahr? Oh, sie läuft aber weg. Wie es scheint, hat Epona Angst vor dir. Äh, okay. Nochmal was? Dieses Lied hat meine Mutter gesungen oder geschrieben. Es ist wunderschön. Lass uns sonst zusammensingen. Tut mir leid, ich kann nicht reden. Kannst du mit der Ocarina was anfangen? Oh, tatsächlich. Oh, eine hübsche Ocarina. Willst du das Lied auf der Ocarina spielen? Okay, hier ist Eponas Lied. Du hast Eponas Lied erlernt. Oh, und da ist sogar Eule Gepora. Naja, dieses Lied wird nachher verdammt wichtig. Und deshalb wäre es gut, wenn ihr das auf jeden Fall hier erlernt. So, und jetzt seht ihr, Eponas ist ziemlich anhänglich. Sie will uns sogar direkt rumschubsen. Oh, Epona, sie hat dann ihr Gefallen gefunden, Fehnjunge. Ja, das freut mich doch. Jetzt können wir noch nichts mit ihr anfangen. Wir können auch nicht auf ihr reiten oder so. Aber sie erinnert sich auf jeden Fall an uns, wenn mal irgendwas sein sollte. Und das ist auf jeden Fall sehr wichtig, da wir Epona nochmal treffen werden. Und sie wirklich sehr, sehr wichtig für uns sein wird. Aber gut, ich laufe jetzt mal hier außen rum. Ich werde mich noch nicht direkt gehen. Es gibt mich noch eine Kleinigkeit auf dieser Ranch zu holen. Und zwar befindet diese Kleinigkeit sich da an diesem Staum... Staumturm. Hm, was ist Staum? Ein drittes erfundenes Wort. Oder das vierte? Ich weiß es mittlerweile schon nicht mehr. Ich kann nicht mehr mitzählen. Also das ist ein Steinturm, beziehungsweise ist dort sowas wie ein Stall. Und zwar können wir mich einfach ganz mal hier rein. Ups. Und wenn wir hier drin sind, haben wir Kühe und Kisten. Ich werde jetzt mal eine Kleinigkeit zeigen, die sehr nützlich sein kann, für die, die es noch nicht wussten. Wir trinken mal unsere Leer... Unsere Leeralle. Mhm. Wir trinken mal aus unserer richtig bespitzen und eckigen Flasche die Milchalle. Ach, das könnte richtig ins Auge gehen. Man könnte bestimmt einem damit das Auge ausstechen, so spitzen diese Flaschen. Gut. Dann mögen wir vor dieser Kuh oder bei dieser Kuh stehen. Und ja, passiert nichts, ne? Wir spielen aber jetzt einfach mal... ...Eponas Lied, was wir gerade noch erlernt haben. ...und wartet einen Moment ab. Die Kuh kann reden. Muuu. Was? Du hast die... Du hast die Mune Müller-Milch? Ja, damit. Oh, doch nicht. Welch ein schönes Lied. Das erinnert mich ans Melken. Muuu. Nach diesem Lied könnte ich literweise Milch geben. Hier, nimm mir etwas von der erfrischenden und nahrhaften Milch. Yeah, du hast Muttermilch. Äh, ich meine normale Milch erhalten. Uiuiuiui, das klingt ins Auge. Naja, also wir könnt... Ihr könnt, mhm. Ihr könnt mit Eponas Lied einfach mal ein bisschen Milch aus den Kühen rauspumpen. Äh, das klingt auch für euch so komisch. Ja, nicht nur für mich. Oder es klingt auch nicht nur für euch so komisch. Ich find's eben, falls so, äh, ja. Ne? Gut, hier herab. Die Truhe dorthin schieben. Und wir legen diesen Geheimgang frei. Diese Kameransicht, mhm. Diesen Tunnel, äh, nun da, siehe da, ist ein Herzteil in einem kleinen Nest versteckt. Und das schnappen wir uns mal direkt, weil wir wollen die Herzteile so schnell es geht holen. Und warum dann nicht dieses zweite? Sammeln noch zwei Herzteile und du hältst einen neuen Container. Ja, nice. Milch haben wir auch frische. Das heißt, ich konnte euch wenigstens in diesem Part etwas zeigen. Dieser Glitch vom letzten Part, der ging ja ganz schön in die Hose. Aber gut, ist er nicht weiter richtig? Wir klettern mal hier rauf. Und die Munen... Denn Kühe nerven mich langsam. Also mal raus hier. Raus, raus, raus. Gut, wir haben soweit alles gemacht. Das heißt, es geht jetzt nach Kakariko in Richtung Todesberg. Denn beim Todesberg, da ist auch der zweite Heilige Stein versteckt. Natürlich wieder in einem Dungeon. Diesmal ist er aber nicht in einem Baum drin. Da könnt ihr euch mal keine Sorgen machen. Oder müsst ihr euch keine Sorgen machen. Gut, das muss bestimmt für das ganze Spiel und das Abenteuer komisch sein, wenn ich rückwärts renne. Aber ich möchte ein bisschen schneller unterwegs sein. Naja, sie haben das ja von Zelda-Teil zu Zelda-Teil schon ein bisschen beschleunigt, das Laufen. Das war nämlich bei den Zelda-Reihen immer ein bisschen langsamer, finde ich zumindest. Ich meine, bei Ocarina of Time 3D rennt man nämlich ein bisschen schneller. Und Wind Waker HD haben sie es ebenfalls schneller gemacht als bei Wind Waker. Auch allein das Segeln auf dem weiten Meer, das ist wow. Aber gut. Hier nochmal Rubine abstauen. Dann haben wir 98 von 99, die wir tragen können. Ist ja ganz akzeptabel. Und dann geht es jetzt hier von der London Farm runter auf die Helianische Steppe und dort in Richtung Todesberg. So, den Weg werden wir jetzt aber auch wieder ein bisschen beschleunigen, indem wir rückwärts laufen. Das müsste eigentlich perfekt auf die Brücke hinzugehen. Oder? Geht das? Ja, kann ich jetzt so nichts sagen. Ich weiß aber, dass es bis dahin dunkel sein wird. Und dann kann ich euch schon mal zeigen, was hier nachts abgeht. Denn eigentlich ist es für ein Spiel einprogrammiert, dass man am allerersten Tag, wenn man normal läuft, so wie wir es nicht getan haben, sondern wir sind ja rückwärts gelaufen. Ähm, ja. Was sollte da passieren? Denn die Zugbrücke sollte sich schließen und wir sollten eigentlich gar nicht mehr ins Schloss reinkommen nach Hyrule, sondern wir hätten die ganze Nacht draußen verbringen müssen. Jedoch geht das mit dem rückwärts oder seitwärts springen oder rückwärts laufen halt doch schnell genug, um noch beim ersten Tag anzukommen. Denn der allererste Tag, der ist viel beschleunigter. Da geht alles viel schneller. Also es wird schneller dunkel. Sonst ist die Zeit nämlich etwas langsamer. Also der Tagesablauf hat da wenigstens mehr Minuten und so. Ja. Und wenn man hier nachts draußen ist, muss man gegen diese Skelette kämpfen, beziehungsweise kann man das. Das sind Knochenjäger. Upsa, nicht aufgepasst. Und tschüss. So, Langeweile und ein bisschen Action gefällig, dann verprügeln wir die mal. Gut, jetzt haben wir ein halbes Herz verloren. Aber, äh, ein Viertel. Aber nein, ich müsste schnell nach Kakariko. Mir fällt ein, nachts ist es praktischer, nach Kakariko zu kommen. Denn die ganzen goldenen Skutulas, die gibt es in Städten wie Kakariko nur nachts. Und das heißt, wir können uns jetzt glaubt drei oder vier goldenen Skutulas schnappen. Und das ist ziemlich cool. Danke. Oh, entschuldigt. Dann können wir uns nicht auch gleich schon die erste Belohnung für, ich glaube, zehn goldenen Skutulas abholen. Genau. Es gibt insgesamt hundert Stück und, naja, keiner freut sich alle zu sammeln, aber wir werden es tun. Hey, Junge. Was treibst du dich hier mitten in der Nacht rum? Ah, ich verstehe. Du willst deinen Mut testen. Du willst bestimmt auf den Friedhof. Moment mal, was rede ich da eigentlich? Mit so einem Milch-Bubi. Ich muss wache stehen und meinen Mund halten. Es ist jetzt 21.47 Uhr. Genau die richtige Zeit, um Gräber zu besuchen. Geh nach Osten zum Friedhof. Fliegen Legenden besagen, man könne die ruhelosen Seelen mit einem königlichen Schlaflied besänftigen. Ja, danke für den netten Tipp. Und zwar werden wir, aber das wahrscheinlich erst im nächsten Part, noch ein neues Lied lernen. Und das ist wirklich äußerst praktisch. Und schade, dass es dieses Lied in Twilight Princess nicht gibt. Denn in Twilight Princess gilt dasselbe. Man kann Gegenstände sammeln, und zwar Geisterseelen. Und diese sind nur nachzufinden. Aber man kann den Tagesablauf nicht beeinflussen. Und das wird uns gleich im nächsten Part möglich sein. Vielleicht gerade ihr richtig lustig auf das Spiel habt. Nochmal, wie gesagt, danke an Player Dodger. Also nur Dodger reicht schon. Dass ich wieder ein bisschen Motivation zum Aufnehmen finde. Werde ich wahrscheinlich den nächsten Part direkt dranhängen. Diesen werdet ihr dann nicht am heutigen Tag noch zu sehen bekommen. Aber ich denke mal, es sollte ja auch reichen, wenn ihr den dann ein ganzes Mal morgen seht. Pokémon Perl kommt ja unregelmäßiger als Ocarina of Time, weil es ein Negenprojekt ist. Was ich auch ein bisschen mehr unter Aufwänden schneiden muss. Mit dem anderen Bildschirm und den ganzen PNGs, die ich da einfüge. Also den kleinen Rahmen unten rechts möchte ich da schon fast nennen. Naja, es ist nicht viel Arbeit, aber ich... Naja doch, es ist schon etwas Arbeit, aber ich mach das liebend gerne. Aber gut. Wir machen jetzt noch einen kleinen Trick, den ich auch schon etwas länger kenne. Und zwar sehen wir diesen Kerl auf dem Dach dort. Dieser... Oh, nee, 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 warte. Wir sehen erstmal eine goldene Skitula, in die wir fast reingeklettert wären. So, so, passt schon. Dann können wir uns gerade das nächste Symbol holen. Das läuft ziemlich gut mit den Symbolen, das freut mich. So, dort hoch und hoch und noch höher und noch so hoch für Symbole. Genau. Dort oben sehen wir sogar Vollmond, aber ich glaube, es war schon immer Vollmond. Also es wird niemals ein anderer Mond sein. Und wenigstens etwas, was in diesem Spiel wirklich rund ist und nicht eher, ne, ich möchte sagen, eckig. Aber okay, 1998, ich besperre mich gar nicht weiter. Und so, und... Oh, das hat total nicht geklappt. Und hat wehgetan. Aber nicht mir, sondern nur dem Link. Tut mir leid, kleiner Mann. Du bist hier der Milch-Bubi, das heißt, das musst du schaffen. Aber gut, wir werden nochmal hinaufklettern. Naja, das ist ja zu sehen, dass wir das tun. Und nun werde ich das aber besser machen. Und zwar einfach direkt z-drücken. Nach ganz rechts an die Ecke. Anlauf und... Zack. Haha, perfekto. So, dann geht es nämlich auf dieses Haus rauf. Und wir können mit diesem Mann reden. Hey, schön, dich wiederzusehen. Ich gebe dir dieses Erinnerungsstück. Ein Herzteil. Finde noch ein Herzteil, dann höre die Energieleiste um einen Herzcontainer. Äh, erhöht sich. Ja, ähm, das ist ein kleiner Glitch. Diesen Typen sollten wir erst später auch suchen können, deshalb sagt er wiederzusehen. Aber wir kennen diese Person in diesem Sinne noch gar nicht. Aber das ist nicht weiter schlimm. Daher würde ich einfach mal sagen, wir machen hier weiter mit den Golden Skulltulas. Hier sind nämlich, glaube ich, noch zwei Stück, die wir uns holen können. Da wir ja hören sogar eine. Aber hier vorher diese. Und tschüss. Ganz elegant rückwärts reingestellt. Jetzt haben wir, soweit ich das mitgezählt habe, zehn Stück. Aber guck mal da, da ist schon die elfte. Das heißt, die schnappen wir uns auch eben noch. Warum eigentlich nicht? So. So, damit es hier ein bisschen schneller geht. Genau, so ein bisschen Zeit spannen kann man sich ja immer. So. Dann machen wir es einfach mal so. Weil entweder müsste man hier hochklettern, um die schlagen zu können. Oder mit abschießen, weil wenn man hier hochklettert, dann haut die einen direkt wieder runter. Das ist ja selbstverständlich. Aber gut, das wären vorerst alle Golden Skulltulas, die wir uns hätten schnappen können. Dort elf Stück haben wir schon. Aber wir sehen noch kein Skulltulasymbol irgendwo. Denn unten würde neben dem Stadtnamen oder dem Ortnamen ein Skulltulasymbol sein, wenn wir alle in diesem Bereich hätten. Wir sehen, das ist noch nicht der Fall. Noch nirgendwo. Naja, es gibt hundert Stück und davon sind elf erstmal der geringste Anteil. Und die sind total leicht zu finden, die ersten elf. Aber es reicht, um die erste Person zu erlösen. Und zwar muss ich kurz erklären, bei zehn ist es möglich. Das sind in zehner Schritten bis 50 möglich. Bei 100 gibt es dann eine Ulti-Belohnung. So, das sind nämlich keine Gegner. Ja, man kann sie zwar... Ähm... Man kann diese zwar angreifen. Also so. Sollte man aber nicht. Denn, naja, jetzt wird sie sich erst mal drehen und uns attackieren wollen. Aber wir stehen ja ein Stückchen weit weg. So, diese... Und dann sehr reich, wenn man so viele goldene Skulltulas wie möglich vernichtet. Ihr seht schon, rot gezeichnet ist sehr reich. Du findest sie nur, wenn du deine Umgebung stets aufmerksam erkundest. Bitte hilf uns, wir zählen auf dich. Gut, also ist das hier eines seiner Kinder. Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Ja, die Belohnung ist geil. Die große Geldbörse. Jetzt kannst du einen größeren Geldbetrag mit dir rumführen. Und zwar 200 Rubine. Cool, Mann. So, jetzt haben wir nämlich unten 0,99 stehen und nicht mehr 99. Das heißt, wir haben erst mal direkt Platz für 101 weiteren Rubinen. Oder Rubine. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt genau ausdrücken soll. Na ja, komm, das sind Büsche. Da werden wir uns mal gerade einfach einen Rubin irgendwie mindestens rausholen. Und dann sieht man schon den dreistelligen Bereich. Ja, super. Gut, aber hier, Schild. Kakariko Friedhof. Ja, dort werden wir dann im nächsten Part noch ein bisschen was mitmischen. So, denn hier endet jetzt auch dieser heutige Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und wie gesagt, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und haut da rein. Ciao.